Diese Woche bei Hour of Power erleben Sie Bobby Schuller im Gespräch mit dem Sänger Alex Boy, der berichtet, wie er seinem Traum gefolgt ist und wie Gott sein Leben verändert hat. Lassen Sie sich außerdem von einer besonderen Predigt von Nick Vujicic mit dem Titel Suche Gottes Plan für Ihren Alltag ermutigen. Genau wie er können auch Sie einen positiven Unterschied in der Welt bewirken. Entdecken Sie Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen.